Wenn Österreich Frieden, Freiheit und eine stabile Wirtschaft erreichen will, ist ein Austritt aus der EU unvermeidlich, erklärt Joachim Aigner, Bundesparteiobmann der MFG Österreich und Spitzenkandidat für den Nationalrat, deutlich. Anlässlich der Wiedernennung von Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidentin betont Aigner, dass die Europäische Union seiner Meinung nach nicht reformierbar ist. Trotz Korruptionsermittlungen müssen die Bürger Europas die umstrittene Politikerin Ursula von der Leyen eine weitere Legislaturperiode erdulden, kritisiert die Partei MFG. Diese lehnt jede Art von Postenschacher ab, speziell wenn dieser zur Ernennung einer Kriegstreiberin führt. Gemauschelte Geheimdeals hinter verschlossenen Türen lehnen wir als undemokratisch ab. Wir von der MFG sehen eine solche Europäische Union als nicht reformierbar an. Unser Weg kann nur in Richtung Öxid gehen, damit wir diesen Wahnsinn hinter uns lassen, so MFG-Bundesparteiobmann Joachim Aigner. Ursula von der Leyen hat autokratisch viele Milliarden an Steuergeld der Europäer freihändig per SMS-Nachrichten verschleudert. Diese Geheimdeals durfte bislang niemand sehen. Was viele vergessen haben, von der Leyen bestellte eigenmächtig zehn Dosen experimenteller Impfstoffe für jeden EU-Bürger auf Rechnung der Allgemeinheit. Die Geheimhaltung der Pharma-Milliarden-Deals wurde inzwischen sogar vom EU-Gericht verurteilt. Den Menschen wurden wichtige Informationen vorenthalten, die Schwärzung der Verträge ist unzulässig. Auch das hat Frau von der Leyen zu verantworten. Deshalb wird von der Europäischen Staatsanwaltschaft auch wegen Korruption gegen sie ermittelt. Wenn die Wähler uns, also der MFG, das Vertrauen aussprechen und uns den Einzug in den Nationalrat ermöglichen, werden wir alles daran setzen, dass diese unselige EU-Politik umgehend ein Ende findet. Autokratie und Einflussnahme supranationaler Organisationen werden wir von der MFG nicht dulden, so Aigner abschließend.